Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal wieder eine Neuerscheinung, die bei uns eingetroffen ist. Und zwar Familie Maus feiert den Herbst. Das Buch ist aus dem Nord-Süd Verlag. Es kostet 15 Euro, hat 40 dünne Seiten und ist ab vier Jahren empfohlen. Dieses Buch handelt von der Maus-Familie, die bei herbstlichem Wetter verschiedene Abenteuer erlebt. Zunächst spielen sie Verstecken und suchen Max. Und ja, doch nach langem Suchen fangen sie an, sich Sorgen zu machen, weil ihn einfach niemand findet. Und es wird, wie ihr seht, ein wenig dunkler. Und auch das Wetter wird ja nicht mehr ganz so gut, eben herbstlich. Und während sie eben weitersuchen, stoßen sie auf verschiedene Pilze. Hier zahlreiche. In dem ganzen Buch ist das Thema Pilze sehr viel verbreitet. Und irgendwann finden sie endlich Max unter einem großen Pilz. Ja, und machen sich am Familientisch alle gemeinsam und hungrig über die gesammelten Leckereien aus dem Wald her. Ja, das Buch passt natürlich ganz gut in den Herbst hinein und mit all den schönen Farben und den Pilzen und alles ist wirklich sehr, sehr harmonisch und sehr liebevoll. Meine Kleine findet es schön, die Mäuse zu suchen und auch die Reinform beim Lesen gefällt ihr sehr gut. Und ich persönlich finde es irgendwie komisch, muss ich sagen, dass die Geschichte mit dem Verstecken und Suchen beginnt. Dann die Sorgen wegen dem verschwundenen Max kommen, aber dann die Familie plötzlich nur noch die Pilze im Sinn hat und Max im Grunde nur noch, ja, so nebensächlich irgendwie erwähnt wird. Aber es scheint die Kinder wohl weniger zu stören, muss ich sagen. Also ist das wohl für sie doch so in Ordnung und schlüssig. Deswegen, ja, ist nur so mein Eindruck gewesen. Aus dieser Reihe gibt es noch mehr Bücher, zum Beispiel Familie Maus macht Picknick und so weiter. Schaut einfach mal bei Interesse in der Infobox nach. Ich habe euch alle Geschichten verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!